Es ist einfach nur so ein Redner am Mischpult drehen und fertig. Achso, okay. Das ist ja mal rausgefunden. Das hat Pascal mir gesagt, weil ich ihn gefragt habe. Ja, gut. Man muss sich auch anders verhelfen. Genau. Man muss ja auch nicht alles wissen. Man muss ja nur wissen. Nur fragen, was man machen muss. Wo bekommt man die Information her? So, wir machen das jetzt. Das haue ich da einfach ran. Einfach Klatsch. Ich habe endlich wieder Optifine installiert und so mit Shader. Ja, ja, ich auch habe Optifine. Aber ich habe immer noch das mit Wasser. Was muss man extra installieren? Das sind verschiedene Modpacks haben so Wasser. Das musst du halt so ein Modpack mit Wasser finden. Okay. Ich habe einen High-Shader und einen Medium-Shader. Mit welchem Shader kannst du spielen? Wahrscheinlich beiden, oder? Ja, ich kann alles spielen. Dann kann ich dir den auch schicken, den ich benutze. Ja, kannst du mir auch mal schicken. Okay. Dann werde ich jetzt mal... Was hast du mir geschickt da? Was denn? Nur ein Bild. Ach so. Ich habe ja gewartet, gewartet und gewartet. Ich habe mich zu Tode gelangweilt. Ich war gerade noch mit den Hunden draußen bei dem Wetter. Ich gehe in letzter Zeit halt auch mit den Hunden. Das Wetter lädt ja auch dazu ein, eigentlich. Wieso sitzt ein Hund... Alessandro ist jetzt 18. Echt? Ist ja nicht ganz dicht. Erst wollte er gestern, wo es geschneit hat, draußen feiern. Ja. Er wollte heute bei einem Freund feiern, der aber wahrscheinlich hört ab, sagt, jetzt will er bei Brian feiern. Ah, super. Wo ich mir denke, heute bei dem Wetter hätte er doch rausgehen können. Ja, heute wäre gut. Heute ist ja optimal. Aber Marco und ich sind richtig weit weg gerannt. Du müsstest mich teleporten. Ich muss nicht teleporten. Weil wir haben hier so richtig weit weg so ein Baumhaus gebaut. Ach so, cool. Da muss ich mir auch mal angucken, was Zeiten... Das ist jetzt kein gut aussehen. Das hat Marc gebaut. Ich habe ein paar Sachen... Die Sachen, die ich gebaut hatte, hat Marc wieder kaputt gemacht, sehe ich gerade. Ach so. Wie war denn der Teleport-Befühl eigentlich? Ich habe... Äh, die Dings. Heißt du Lance oder Steiner? Äh, wie? Was? Lance oder Steiner? Äh, Lanze, ne? Lanze, Lanze. Ja, Lanze. Lanze, Lanze, Lanze. Ah ja, okay. Meinst du, das geht noch? Dann haben sie nicht das... Jaja, das ändern sie nicht. Aber die Location hier mit dem Tropenwald ist echt geil, ey. Hm, ja. Okay. Voll mit Chey, da sieht der so geil aus. Ich spiele die ganze Zeit auf 39, extrem plus, ne? Eigentlich habe ich auch runtergestellt auf 19, äh, 19. Ih, ich bin der drin. Du ekliger. Schon irgendwie pervers, oder? Schon ein bisschen. So. Aber hier unten bringt der Shader eigentlich nichts. Nein, hier unten ist nicht so viel zu sehen. Ich wollte sie dir schicken, warte. Äh, wie mache ich das jetzt überlegen? Dann werde ich hier jetzt so eine... Hier so... Ich hoffe, da kommt hier eine Plattform hin. Warte mal. Ich muss mal überlegen. Hier, hier. Ich habe sie geschickt. Ja, hier, ja. Okay, ich kümmere mich später drum. So. Da, warte, wozu mache ich ihm... Ach ja, ich habe Hunde nebenbei erwähnt. Habe ich schon erwähnt, dass wir Hunde sind? Die sind hungrig. Die essen so kleine Teufel wie dich zum Frühstück. So. Aha. So. Äh, wo packe ich das... Wie mache ich das denn jetzt? Hast du mich aus dem Konzept gebracht ein bisschen? Jetzt muss ich überlegen, was ich wollte. Ich muss die Tüche gerade machen. Dann mache ich das so. So. Ich muss überlegen, wie ich das jetzt mache. Weißt du, das ist noch nicht so genau. Ja, ich muss mich für die Theorieprüfung anmelden. Ja, mach doch. Aber das lerne ich zu wenig. Wieso? Warum lernst du so wenig? Wie kommt das? Ich weiß es nicht. Ich mache das hier einfach mal so. Ich habe irgendwie nicht die Motivation mit der Rollerführer schon. Da hatte ich noch richtig geile Motivation. Das verstehe ich jetzt aber nicht so ganz. Das ist keine Motivation mehr. Ich weiß es nicht, obwohl Autos viel geiler ist. Ja. Verstehe ich es nicht. Möchtest du die Fläche für mich runterspringen? Nein. Ich fange schon mal mit meinen Bauplänen an, die ich mir so überlegt habe. Einfach mal so. Das ist mal in die eine Richtung. Überlegen. Äh, lolololo. So, ich dachte, die will ich dann... Warte, der Rand muss frei bleiben. Das ist mein Problem. Ich muss sich überlegen, wie ich das mache. Ich muss also noch einen breiter machen. Einen breiter. Aber ich sollte dann vielleicht Slaps nehmen, ne? Sieht besser aus. Oh. Ich mache Slaps. Ich mache die mal weg, oder mache ich mir Slaps? Lolololololo, weg nur die Scheiß. Lolololololo. Hast du meinen Hund natürlich hier reingelockt? Der soll hier gar nicht drin sein. Die waren die ganze Zeit da drin, die beiden. Habe ich schon gesehen. Echt? Ja. Oben in der Ecke saßen die. Komm mal raus, da, die doofen Hundis. Ah, da sind die beiden doofen, ja. So, der eine ist angeschlagen. Gammelfleisch mit, nein. Recht gehabt. Achso, ich wollte ja Slaps machen. Bin so schlau. Haben wir noch ein bisschen das Eisen. Steine brauchen wir. Also, wir haben auf jeden Fall genug Stein. Haben wir. Aber falsche Steine, ich brauche ja... Ja. Wir sind in meinem Haus. Voll viele. Ja, das ist cool. Kannst du nehmen. Ja. Ich bin so faul. Ich bin so faul. Bringst du es, ja? Ja. Wo denn? Ich sehe sie gar nicht. Das ist weit weg. Ich würde dich geschlagen, aber es ist ein bisschen zu viele Hunde. Ja. Ich glaube, dann bin ich direkt tot. Das ist lustig. Nee. Und doch, ich würde schon. Ich habe erstmal, das kann ich bauen. So, mal gucken, wie ich baue. Wie ich baue, weiß ich noch nicht, aber ich baue. So. So, was auf. Also, wir brauchen eher klumpen. Den Abstandhalter halt. Da, eher klumpen. So. Und dann, zack. Aber gibt es überhaupt noch eine freie Fläche zum Bauen? Was? Da wir sie da unten angekommen sind, das dauert noch ewig. Ja, ja, ich fange deswegen oben. Ah! Wo gehst du denn hin? Ich werde hier fast runtergeflogen. Es geht abwärts da, muss ich mal sagen. Alter, ich bin bis zum Bedrock runtergeflogen. Ja, das wäre tief. Ein bisschen. Ja. Darf ich jetzt, dass ich nur so eine Goldung schon gehabt? Achso, hier, nee, hier am Rand. Oh, mal lieg. Hier am Rand vielleicht kann was runterlaufen. Hier kann ich bis an den Rand bauen. Das ist okay. Ich kann bis an den Rand bauen. Und muss ich hier nur ein paar Stufen hin. Ein paar Stufen hinsetzen. Boah, mit dem Shader sieht das ja richtig geil hier aus. Boah. Achso. Ich bin ja sehr gespannt. Und dann... Dann kommt hier die Lasse. So. Ach, es ist dunkel. Ich müsste schlafen. Ich muss schlafen? Ja, ich will hoch. Ich habe keinen Bock auf dem Monster. Ach, du bist auch ein bisschen pingelig, ne? Ich habe keine Rüstung. Achso, das ist aber tragisch. Meine Rüstung habe ich Simon geschenkt. Wen? Simon. Simon? Warum machst du denn sowas? Das Spieltuch kaum. Ja. Ich bin nett. Du bist doof. Ich soll jetzt sagen, du bist doof. Doof. Nee. Also, ich finde es doof. Ja, ich finde es nett. So, pass auf. Ich muss das jetzt so machen. Ich weiß noch gar nicht so genau, wie ich das bauen soll. Immer noch Kommentare auf meinen Videos. Ja. Das ist doch cool, ne? Ja. So. Mal zum Beispiel jetzt hier so ein Mountain-Bank-Crew. Oh mein Gott, bitte, bitte mach weiter. Hör nicht auf. Ich gucke dich seit Anfang an. Mit dem Unfall, seitdem du das erste Dorf aufgebaut hast. Dein Haus, dein Keller, dein Wasserfall. Bitte mach wieder weiter. Okay. Geil. Äh. Die ganze Zeit. So was kriege ich nicht. Und alle Leute denken, wenn ich schreibe, dass es ein Mädchen ist, dass ich sie direkt hätte. Ja. Okay. Ja, genau. Ja, achte auf Jungs und Mädchen. Mädchen ehrlich direkt. Natürlich. Ja, war mir so klar, dass du sowas tust. So was auf. Hier muss dann noch ein Klotz rauf. Hier auch. Und dann... Darf ich nicht runterfallen. Ne? Das ist schon mal eine gute Option. Nicht runterfallen. So. Und so geht das dann. Und dann soll er rundherum gehen. Und dann soll es auf verschiedene Ebenen gehen. Ich muss dann in der Abschnitt... Ich muss nicht schlafen. Ich muss bauen. Ich muss bauen. Warte, ich gehe gleich schlafen. Wenn wir Grund... Ähm... So meine Idee schon mal so ein bisschen angebaut haben schon. Dass ich mir das ein bisschen besser durch den Kopf gehen lassen kann. Du verstehst, ne? So. Und dann hier halt hier so Glas... Geh mal weg da. Du bist im Weg. Ja! So. Und dann so, ne? Weißt du? Verstehst du? Und das rundherum. Rundherum. Und dann auf verschiedene Ebenen. Und dann will man mal abstimmen. Mal gucken, wie... Wie plötzlich abstattet habe ich denn. Wasser runter. Genau. Deswegen ist hier frei. Hier direkt? Hier kommt dann später Wasser runter. Jetzt noch nicht. Ich habe... Ja, später. Aber hier direkt hier der. Ja, ja. Die Wände werden alle mit Wasser abgedeckt. Einmal runterrum. Deswegen dieser Abstand hier. Ja. Ja. So dachte ich. Ich dachte nicht, das ist gut. Jetzt geht schlafen. Jetzt bin ich müde. Jetzt geht schlafen. Ich muss gleich mein Vogel kurz Wasser an Futter machen. Dann kannst du dein Vogel auch grillen. Das ist auch ruhig. Ja. Ich wünsche, ich hätte sie eigentlich nicht genommen. Aber jetzt gebe ich sie nicht mehr weg. Ich nehme mir was. Wenn man so ein Viech erst mal hat, dann gewöhnt man sich schnell dran. Dann will man ihn behalten. So, Hunde machen wir Plätze. Das ist ja aber so. Wozu holst du denn sie, wenn du sie gibst? Dann hast du ja keinen Hund. Genau. Meine Tiere sind alle schon tot. Daher brauche ich keins mehr zu holen. Achso, ist der falsche Raum. Da muss ich hin. Jetzt hört zu. Gute Nacht. So. Dankeschön. Kann ja auch hochgehen. So. Wo war ich denn im Leben? Zack. Hallo Wuffis. Überall Hunde. Das ist wie eine Plage hier. An der Städte dürfen wir haben eine Rattenplage. Wir haben eine Hundeplage. Achso. Es sind weniger geworden. Ich glaube, es waren einige getötet. Habe ich den Verdacht. Ich hatte mehr Hunde, habe ich das Gefühl. Ja, habe ich das Gefühl. Hunde fehlen. Oh, was auch fehlen? Habe ich gerade fehlen. Sehr gut, einige Hunde sind bei mir im Keller. Die sind mir nachgelaufen, als ich mich so ein Schleim angegriffen habe. So. Also muss ich hier arbeiten. Da ist ein anderer Mann. Da unten. Oh, sieht das geil aus. Voll mit dem Schiff drauf. Was? Was für ein Schiff? Mit dem Schiff hier oben drauf. Achso. Was machst du denn mit dem Schiff? Muss Kevin noch weiter bauen, der faule Sack. So. Auch noch nicht fertig. So. Ich mache es auf jeden Fall viel Glass. Wir müssen also noch viel Sandgraben sammeln. Wie auch immer. Einschmelzen. Das ist ja teuer. Oder meinst du, dass mit dem Wasser an den Seiten keine gute Idee ist? Doch, ich finde es geil, würde ich sagen. Ich denke auch. Das ist eine total verrückte Idee. Komm mal oben. Ah, okay. Jetzt sterbe ich gleich. Ich mache dir nicht auf. Jetzt habe ich so ein kleines Wasserpulik. Ich habe nicht ein Herz verloren. Okay. Auch kein halbes. Oh. Oh, das sind Schweine. Darf man sie töten? Nein. Okay. Du meinst die im Stall, ne? Oh, hier ist ja eine Tür. Die hätte ich nehmen können. Ja. Das wusste ich nicht. Da ist die Wartungstür. Aber die Arbeitszugang gewesen. Ich habe kein Glas mehr. Ich habe noch neun Stück. Sky braucht eine Brille zum Fahren. Ja, ich auch. Ich brauche keine Brille. Meine Augen sind perfekt. Ja. Mit null Fehlern bestanden. Cool. Bin ein bisschen neidisch. Ich darf es euch auch haben. Aber ich habe eine Hornhautverkrümmung. Meine Augen verschlechtern sich schon. Achso. Mit der Zeit haben die mir ge... Ich könnte jetzt... Könnte ich eine Brille haben. Ist aber jetzt noch nicht notwendig. Ja. Weil ich habe auch beiden Augen sind 025 für ihn. Warte, wenn der im Führerschein drin steht, also keine Brille braucht. Brauchst keine Brille brauchen. Ne, das finde ich doch angenehmer. Aber gut, bei Autos stört es nicht. Äh... Wie brauche ich denn eigentlich davon? Davon braucht ein paar einige von. So. Und ich brauche noch mehr Glas. Kriege ich mehr Glas her. Das ist ein echtes Problem. Hey, warte. Hm. Davon, von den, ähm... Den habe ich 40 Stück gehabt. Ah, okay. Na schon mal was. Ja, wir können es auf jeden Fall erst anfangen. Naja. Äh, Fenster nicht so viel. Ich brauche nicht so viel, äh... Wo doch, davon brauche ich noch so viel. Ne, davon brauche ich das Doppelte. Stimmt, ja. Von den Fenstern brauche ich das Doppelte. Das ist von den anderen, ja. Ja, ja. Weil ich sie ja links-rechtssätze. Ja. Spieße auch gerade mit Shader? Ja, ja, mit den Shader, die ich halt habe, ne. So. Aber ich will auch... Gibt es noch viel geilere Shader-Packs? Also. Ich gucke mal im Interwebs. Ja. Ich nehme dich gerade auf. Es ist okay, ne. So ganz heimlich. So. Hier. Statsch. Hm. Zip-Zeps. Hä? Welches? Zip-Zeps gibt es. Zip-Zeps. Kenne ich nicht. Was ist das? Ich auch nicht. Da muss auch was beistehen. Ja, habe ich weggedrückt. Ah, super. Habe ich so eine ganze Liste gefunden. Okay, löschen. Oh, was mache ich denn da? Das ist falsch. Klassenscheibe kaputt. Schade. So. Komm, direkt anlohnen. Oh. Ja, Klass alle. Scheiße. Ich brauche ganz viel Klass, wie du siehst. Ist schon wieder leer. Ja. Möchtest du essen? Was denn? Nee, ich habe noch gerade keinen Hunger. Hä? Du isst doch fast so wenig. Ich bin fett. Äh, was baust du? Ich baue was Gigantisches. Hä? Hä? Cool, ne? Was hat hier? So. Was hat da an? So ein bisschen was Tuntiges hier mit Gold und Glitzerkram und sowas. Das hat ja nix mehr an. Ja, nur halt klar. Na, nackig bist du nicht, was? Ja, ein bisschen Stoff über deine Sachen. Über dein Gehänge und so. Kann ich auch rausziehen. Nee, nicht jetzt. Später vielleicht. So. Gott, was denken wieder alle von mir? Ich brauche Glas. Ich habe kein Glas. Ich habe auch keinen Sand. Gib mir Glas. Also da, wo ich mein Baum was hatte, hat viel. Ja, jetzt würde ich alles Sand mitnehmen können. Nee. Dann sieht es ja bald aus wie hier. Hast du nirgends mehr Sand? Ja, stimmt. Du isst nix mehr Sand. Achso, die hat für mich gemacht. Okay. Ja, ich esse. Ich esse dann. Ich esse dann. Ja. Wenn sie extra für mich gemacht hat, esse ich gerne. Ich glaube, das ist zu maulig zu bewegen dann, ne? Ja, ich esse gerne. Was ist denn da? Sand? Nein, das ist auch kein Sand. Aber das sind Stufen. Die kann ich mitnehmen. Aber kein Sand und kein Glas. Ist das der Daumenblink? Oh, das ist auch nett. Ja. Dankeschön. Ich muss essen. Oh. Komm, ich komme auch auf den Server. Ja, drohe mich nicht immer. Ich komme gleich auch. Musst du immer drohen? Ja. Wer spielt? Du und Fabio? Ja. Was? Ihr beide. Kann ich auch gleich auf den Server? Ich komme auch gleich auf den Server, okay? Ja, ja. Kann ich mit euch spielen? Ja, ja. Das bleibt ja auch nichts erspart. Ich gehe mal kurz essen. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.